Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession mit und von eurem Darth Stefan Zockt und ja ich hatte leider das Problem gehabt ich habe leider aufgenommen und jetzt hat das Spiel nicht mit aufgenommen ich habe gerade gespielt gequatscht gequasselt sonst was für eine scheiße aber es hat nicht aufgenommen ich weiß nicht warum aber naja ich probiere es jetzt noch mal ich hoffe das klappt jetzt auch alles wie ich mir denke und erhoffe dass ich wieder abkackt die scheiße und ja sicher schon ein kleines Problem warte mal ich muss das web bis dahin machen ok image 1 muss er hin doch ein bisschen kleiner gut aber jetzt passt es mal und ja ich habe einiges gemacht in der letzten folge ich habe scharfe gefördert für geformt eingefärbt habe ich scharfe auch schon und was ja auch in der letzten folge erzählt habe in der letzten folge von einer aufnahme dass ich mal ganz kurz schieben wollte was essen angeht und ja ich habe mir ein bisschen essen geschietet nicht so viel erst mal die beiden backpacks erst mal vertragen kann dabei bambus und baum sieht einfach mal ja bis mehr so habe ich habe das werden auch dann fürs erste keine neuen schieß verwendet weil nicht dass ihr denkt ich bin hier nur am schieten aber ich wollte mal ein bisschen abwechslung rein bekommen der dachte ich einfach mal schon mal ein paar andere sachen doch dafür die ich machen kann und jetzt verschönern andere versuche dann alles zu machen mit der zeit und ja deshalb war der neue versuch und hab ja was vergessen zu machen ich willst du durch den wind weil das ist nicht geklappt hat ja ich bin derzeit das hat mich so aufgeregt dass sich alles ich hätte liebsten ja total auskippen können ihr wisst nicht wie auf 180 ist war ich war total am arsch lässt du sagen aber ausrasten gut ja wir werden jetzt noch mal ein bisschen auf farbtur gehen würde ich meinen wir gehen auch mal die richtung und das ist erwartet ich habe ja auch eine rüstung gebastelt der letzten folge also jetzt noch ein bisschen hier da das spiel aufgenommen hat warum auch immer und ja jetzt bin ich halt bisschen ja angegriff und angekotzt davon also ich entschuldige mich schon mal wenn ich jetzt etwas ja wie soll ich sagen die motiviert oder etwas angekotzt bekommen dafür entschuldige ich mich natürlich das soll ja nicht die spielspart der abend aber es kann ich natürlich wieder komplett neue eine stunde minecraft aufnehmen meine aufnahme session weil die letzte jahr von arzt war ja jetzt nehme ich halt noch mal neu auf für euch so etwas demotiviert und angegriffen davon aber statt versuchen ist so gut wie es geht zu machen und ja dafür könnt ihr als zuschauer nichts was das angeht daher wäre es mein bestes geben ist gut zu rüber zu bringen die erneute aufnahme session ich hoffe dass es nicht so sehr auffällt dass ich ja total angekotzt bin und ja dann versuche jetzt besser auf die uhr zu achten ja so und welcher bitte durch ein witz sein sollte und etwas ja spurlust durch die gegend haben sollte nicht wundern da liegt einfach daran dass ich total durch den wind bin deswegen also ja ich hätte erheben können und ich hätte es echt tollen können wo ich das gewinnt habt ich wollte die folgen schneiden wo es beide maincraft aufnahme wurde mein kräft ins spiel ja so auf die art so das war ganz schön hart für mich muss ich sagen dass ich das gesehen habe dass mein kräftlich aufgenommen war naja so ist das daher wäre es raus wie aber schnell gewachsen und drunter kommen okay cool was es braucht immerhin so aus erst mal die hälfte rein gut auf jeden fall sind es war und bäume schön das haben wir denn noch so an bäumen und wir sind aber wohl die was essen haben aber ich werde auch mal schlafen ist vielleicht sicher wenn wir das hat mal geschieht jetzt weil ich passen wollte ja das sind okay da ist bestimmt aber es gibt manchmal weitermachen bonier flower harmonie habe ich ja über die noch an pflanzen theoretisch ich glaube ich denke gewachsen wir sind erschrocken auscheinigen deinen 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 da einen und da einen so wunderbar ich möchte einfach jetzt gegen bisschen verschönern aber du brauchst bäume daher habe ich mir mal ein bisschen geschiedet ich hoffe nehmen wir das nicht also böse dass ich das getan habe also habe ich schneller die bäume das ist schöner verschöner zu sagen und ja wir gehen jetzt mal wie auf reise heute habe ich da habe ich auch also was war der sand hat sich recht da das ist was blöd dass sie hier genau unter tür hängt das ist beschissen nicht schön ist das nicht schön na gut kommen wir hat das aber schnell noch sagen da mache ich mich hier vorne mit paar reihen zu musst du halt auch noch mal ein unterstand haben wenn es regnet reicht auch aus ist 3 und ist wunderbar du sollst dann auch sein wenn die bäume zwar wachsende weile und ich sehe die folge ist auch schon fast und für diese folge ich werde versuchen mehr auf die uhr zu achten nicht dass ich wieder total verpeilt bin auch wenn ich so im zug bin verpeilt weil ich mich so aufgeregt habe mit der aufnahmesession eine stunde für nix und ihr wisst sowas kann eigentlich ganz schön aufregen also die let's player da ist wie man youtuber wissen das wahrscheinlich mehr als genug wie scheiße sowas ist und wie sowas einen aufregen kann und ja das hat es bei mir aber ich werde mich jetzt für die folge erstmal verabschieden hoffe dass ihr viel spaß hattet bei dieser folge und bei der nächsten folge let's play minecraft was ihr dabei seid euer da steffe zockt sagt auf wiedersehen und bis zum nächsten mal ciao mit v